Neun Sieg, es ist euer FIFA Sweater Speck am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal und damit hielt es sich willkommen heute zu einem 88er Kedira hochgepushten Stream, Scream, Squad, Builder Battle meine lieben Freunde, Sami Kedira hier mit einem 88er Rating, 72 Pace, 83 Schuss, 85 Passen, 80 Treffling, 83 Defense, 86 Füße, auf alle Fälle mega nice am Start, dazu auch noch die 4star, Weakfoot und 2star Skills und hoch, hoch Arbeitsraten, den Kollegen habe ich mir für 68.000 hoch den Transfermarkt damals gekauft der ist jetzt viel günstiger geworden und beim Squad Builder Battle ist man nicht alleine heute ist der erste Auftritt einer ganz bestimmten Person hier in meinen Videos er war ja auch schon in den Streams mit dabei, heute ist Chromillion mit am Start Ja, ich bin der Chromillion, wie Sweater schon gesagt hat, bin ich neu hier auf dem Kanal und ich habe leider nur den 84er San Kedira, also die normale Karte die 64 Tempo, 74 Schuss, 80 Pipsen, 76 Dribbling, 80 Defensive und 84 Füße hat den habe ich mir für 8.300 gekauft und jetzt würde ich mal sagen, Sweater hat das letzte Wort bevor wir zum Spiel gehen Ja man, auf jeden Fall, wir wollen einfach mal schauen, wie das so wirklich mal der Vergleich ist hier könntet ihr das Squad um den Kollegen sehen hier eine solide Kalt-Zu-A-Verteilung mit Malolans im Torn hier ist Trakoscher in Form, Mittelfeld ist mit Heimschick und Zelinski auch mal erst aufgestellter Sturm hier in Bundesliga, Werner, Belarabi und Pruma Jungs und ich bin auf alle Fälle mal gespannt, mit was für ein Team Chromillion antreten wird hier heute beim Squad Builder Battle und am Ende wird auch discadet Vom guten alten Chromillion er ja mit Kedira im ZOM, dazu auch noch den guten alten Zapata vorne im Sturm, den ich persönlich ganz stark finde Bastos ist auch ein guter Non-Ware-Verteidiger im Tor Chesney und oben habt ihr eine Infokarte, welches Team ihr mehr OP oder welches Team ihr mehr feiert, ich bin mal auf alle Fälle gespannt vielleicht gefällt dir dem einen oder anderen diese Non-Reconnection viel besser ich bin mal gespannt, Digi, viel Erfolg an dich es geht um einiges auf geht's wünsch ich dir auch das Bruma durch, das Bruma durch oh Werner fliegt fast über dein Tor wieder schön geklärt bester Keeper der Welt lauf oh, da steht er unten Kedira, mit dem Schuss alter nein oh der Pass kam gut der Pass, die Pass Combination das kommt der Sweat oh nein, da steht es 1-0 der Sweat auf Sweaters Kanal er macht wenigstens auf Ernt, Bruder Digga da haut er hier raus 1-0 Kedira 1-0 Kedira gleich ein Sweat so muss das laufen, man oh, kommt gleich der Anschluss Kedira oh Schamke, 11 Meter jawohl wir wissen alle, wer diesen Elfmeter schießen muss wir wissen es oh, was für ein Ding schön oben rechts im Winkel rein sorry Kedira Scream Kedira da steht es hier eins zu eins und wir machen hier beide jeweils über demselben Jubel weil der einfach Wäscher ist Kedira jetzt alter wo ist der schnell Kedira ok Kedira Kedira alter ok ja nein oh schön nein jo da kam einfach der scheiß Doppelthread Jungs Karim Bellarabi Werner mit der wunderbaren Übersicht da kann natürlich Chromelian hinten gar nix mehr machen schenke super Hörg Hörg Junge übertreib werner 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 warte 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 hat sie noch vom Tor jetzt gekippt ja Jungs ist die erste Halbzeit hier auch rum aber es ist also ein sehr sehr ausgeglichenes Spiel Chomelel hält hier sehr gut dagegen vor allem sein Kedira überragend bist du ja bei ihm in der ersten Hälfte Hälfte, bei uns hat er auch sein Tor gemacht, seine Akzente gesetzt, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergehen wird. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, gar nicht, oh mein Gott, Chessny. Team Organer, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Hamschick, diesmal ist er drin. Ich habe ohne Witz, ich habe vor dem geistigen Auge schon gedacht, dass Chessny den wiederhüllt. So, jetzt. Schade. Nicht den Ball zu verlieren, alter. Die Passkommen, die Sitzen. Oh, schön. Ich weiß, dass er sweaten wird, nein. Das ist so bitter, Mann. Das ist so bitter, Nummer 8, Timo Werner, 4 zu 1. Aber da schießt er, alter. Also der müsste ja nicht mehr noch zu match werden, dein Kedira, Mann. Lebt am Ball. Kedira, alter Pfosten. Junge. Der kann ja mal mega geil schießen. Ja. Das ist so sinnlos, Mann. Da wollte er noch mal einen raus. Aber wir beide müssen eigentlich sagen, der Typ ist eigentlich schon ziemlich fresh, oder? Also bei uns beiden hat er eine überragende Leistung abgeliefert. Könnt ihr auch bei ihm sehen, der beste Mann auf dem Feld und bei mir auch einer mit der besten Spieler. Ich bin mal jetzt gespannt, wie das Discarden bei dir ausgeht. Diggi, drei Schüsse habe ich. Und ich würde sagen, uncut, gehen wir jetzt einfach dorthin. Starte du jetzt einfach auch deine Aufnahme. Also jetzt einfach Doppelshare starten. Okay, hast du gestartet. Ja, wir kommen zum Discarden. Und sweat hat jetzt drei Discards. Ja, Diggi. Dann der in Ersten. Gehst du ins Tor? Das ist Diawara, ZDM. Ja, dann machst du den nächsten Schuss ins ZDM rein. Oh, jetzt hast du seinen Hassspieler getroffen. Ich habe Chetri getroffen, danke, ey. Oh mein Gott. Glück gehabt. Und jetzt muss ich nur noch einen Khedira treffen, komm. Ich glaube, der ist im linken Sturm. Im linken Sturm ist Chiesa oder Chiesa. Ha, schade, man. Aber wenigstens Chessly getroffen, Jungs. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt auf alle Fälle alle zu Chromayens Video rübergehen. Das wird noch richtig krass. Gönnt es euch auf jeden Fall. Wie gesagt, den Link zu Chromayen unten in der Videobeschreibung. Checkt ihn gerne aus. Lasst mir ein kostenloses Abo da. Und der Kollege hat jetzt natürlich auch seine abschließenden Worte. Checkt ihn nicht aus. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Haut rein und ciao.